Aber... ...nach... Aber... ...nach zu schlafen. So. Oh ja. So. Und wir sind zurück. Denn ich habe hier ein Laufwerk, was sich gerne mal abmeldet und wieder anmeldet. Ah. Hat meiner die beiden umgelegt. Nicht schlecht. Joa, er hat keinen Kopf mehr, aber er funktioniert noch. Ach, da kam ich her. So, den haben wir noch nicht durchgecheckt. Und ansonsten, ach. Aus dem Weg, Lisbeth. Mach mal Tür auf. Sieht einfach aus. Dann komm mal ran hier. Zack. Schnauze. So. Dann betätigen wir mal den Hebel. Zack. Einmal mit der Bahn rüberfahren. Ich weiß jetzt, wer die beiden sind. Die beiden, zumindest sie, erfand die Technologie, durch die diese Stadt schwebt. Riesenbalance? Quantenpartikel, die in fixer Höhe in der Raumzeit hängen. Also, nicht Riesenbalance? Aber in meinen Büchern stand, dass sie vor ein paar Jahren spurlos verschwunden sind. Ich sagte, ja, sie kommen. Das stimmt nicht. Gut. Ich wollte sagen, dass sie kommen. Hast du aber nicht. Aber ich sag's nicht. Ist das korrekt? Etwas sagt mir, die sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Ich wollte gesagt haben, dass sie kommen. Nein. Der Subjunktiv? Das ist kein Subjunktiv. Ich glaube, die Syntax ist doch nicht erfunden. Zu haben, gehabt, haben, sein. Zu haben, gehabt, haben, sein? Das stimmt doch nie. Die scheinen helfen zu wollen. Die scheinen sie nicht alle zu haben. Seltsam. Was denn? Der Fakt, dass wir oft den Satz des anderen beenden? Ganz genau. Umgekehrt erst seltsamer. Hm. Was denkst du, wie die das machen? Dazu komme ich, wenn ich das mit der schwebenden Stadt kapiert habe. So. Erstmal ankommen. Komm. Komm, Starkhaus ist davon. Mhm. Mhm. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen. Ich sollte ihm nachfolgen, oder? Komm, Stark? Ja, ich denke schon. Was sperrt er mich denn ein? Tja, ich schätze, du wolltest nicht aufgebaut werden. Vielleicht hatte er was in Petto um dich. Gefügig zu machen. Was denn? Ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Wer weiß. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Die dachten, sie bleiben für immer oben. Sieh sie dir jetzt an. Ich bin gerade ein bisschen ruhiger, weil ich wahrscheinlich gleich eine Aufnahmepause mache. Es sei denn, die... Äh... Ja, das Spiel ist gleich vorbei. Gucken wir mal. Ladungshilfe kann ich mir immer noch nicht leisten. Schadensboost. Schießeisen, Präzisionsgewehr, Pistole... Nö. Aber der hier... Ah ja, kann ich mir nicht leisten. Nö, egal. Jupp. Ruckel zurück. Ich hätte auch durch die Tür gehen können, so wie sie. Dachte schon, was redet sie da jetzt? Guck mal, was hieß das? Oh, wow. Etwas Außergewöhnliches. Nein, es ist einfach nur... Jupp. Trab an. Und... Knack. Danke. Okay. So. Dann geht's jetzt wohl hier weiter. Hm. Hier geht's wohl doch nicht weiter. Mal sehen. Da soll ich hin. Falscher. Ich muss dich leider auch umlegen. Du warst mir keine gute Hilfe, Junge. Ganz komisch gerade. The founders will bleed. The salty oyster. Was? Fertig. Hm. Wer wirft denn sowas weg? Natürlich sind meine Salze voll. Kann er wohl nicht angehen. Kann sie es jetzt knacken? Zu. Elizabeth? Einer muss schmierig stehen. Ja, komm. Mach mal auf hier. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ich hab Geld bekommen. Bitte. Hm. Den hast du gerade aus dem Tresor geklaut. Ich hab's doch genau gesehen. Mal sehen. Der hat nur das Übliche. Ah ja. Da geht's gleich rein. Oh. Prost. So. So. Da ist noch was. Ah, den da oben hat er kaputt gemacht. Hm. Nicht so nett. So. Ticketing. Mal sehen, wo soll ich denn? Längs? Da längs. Also muss ich da unten doch nochmal zurück. Ach. Die steht einem aber auch immer im Weg. Eins. Ah, der bietet auch nicht. Nichts Neues an. Jupp. Danke. Das habe ich auch gerade gesagt, Booker. Echt jetzt. Ah, okay. Geschlossen. Immerhin ist sie so intelligent und dreht um, wenn ich umdrehe. Der hat mich gerade ein bisschen erschreckt. Bitte sehr. Yay. Was sind sie lieber? Töne dich. Oder teuer. Alter. 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 Kann ja wohl nicht angehen hier. Oh, die Tür ist zu. Oh, ich sauf mir hier einen. Oh, hier hau rein. Buh. Bleh. Kann man in dem Zustand noch was treffen? Ja, natürlich kann man auch noch was treffen. Pass auf. Ah. Hier geht auch. Hab im Lotto gewonnen. So. Äh, habe ich alle schon. Brauchen wir Geld? Bitte. Jupp. Hm. Nix da. Schade. Oh. Gucken wir mal rein. Was ist das denn für ein Film? Mal sehen. Das Wort des Propheten. Ludger Bruders irgendwas. Kolumbias größte Wissenschaftlerin stellt ihren Zwillingsbruder vor. Auch er ist Physiker. Ein weiteres Genie? Wer wusste, dass sie Verwandtschaft hat? Ende. Hm? Jetzt wissen wir also, er ist ihr Bruder. Seltsam. Schützen Sie Ihre Frau und Ihre Hinser. Was ist seltsam? Sie sagt immer nur seltsam, aber sagt nicht was. Typisch Frau. Gleich läuft sie bestimmt wieder an mir vorbei. Ich kenn das doch. Die will gleich wieder vorbeilaufen. Aber nein, ich lass sie nicht vorbei. Nee. Da hat sie das Geld gefunden. Okay. Okay. Jetzt glaube ich nicht, dass du mich abschlachtest. Hm. Okay. Ich wollte den zwar looten, aber... So, was haben wir hier denn noch? Ups. Geht mir jetzt wohl der Kopf explodiert. So. Das Kassette durchsuchen. Ach, da bist du. Was? Briefkasten durchsuchen? Ach, die Dinger hier. Ah, na gut. Komm hier, mach mal einen Tesla drauf oder hin. Nee, ich glaube nicht, dass ihr mich abschlachtet. Zumindest nicht heute. Mach mir dich ab! Produc. Ja. Wie ist denn das? Wie ist denn das? Das ist das? Vielen Dank.